Ich glaube, dass im Coaching-Markt, dass es dort ganz besonders viele Menschen gibt, die mit Technik nichts am Hut haben. Wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust, das dich und deine Familie in die finanzielle und ortsunabhängige Freiheit bringt. Warum haben eigentlich so viele Menschen ein verkrampftes Verhältnis zur Technik? Und warum ist es so wichtig, dass du keinerlei Berührungsängste zu der lieben Technik hast, wenn du dein eigenes Coaching-Business aufbauen möchtest? Und welche erprobten Tipps gibt es, damit dir Technik immer leichter von der Hand geht? Antworten auf diese Fragen gibt es in der heutigen Podcast-Episode. Mein Name ist Andrea von der Fortune-Family und wenn du als Coach mehr Kunden haben und so richtig erfolgreich werden willst, dann abonniere diesen Podcast-Kanal. Ja, und ich möchte mich in der heutigen Episode wieder mal einem meiner Lieblingsthemen, und zwar einem ganz pragmatischen Lieblingsthema widmen, nämlich der lieben Technik. Das hat damit zu tun, dass ich vor einiger Zeit auch nicht von mir selber behauptet hätte, dass ich eine Technikliebhaberin bin. Heute kann ich das von mir behaupten. Und ich möchte einerseits heute darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass du dann, wenn du ein Online-Business aufbauen möchtest oder da schon unterwegs bist und dein Business hochskalieren möchtest, warum es so, so wichtig ist, dass du die Technik liebst. Und ich habe so in den letzten Jahren beim Beobachten des Marktes, sage ich mal, bin ich zu der These gekommen, dass ich glaube, dass im Coaching-Markt, dass es dort ganz besonders viele Menschen gibt, die mit Technik nichts am Hut haben. Und die, also viele Menschen, die am Anfang eines Gesprächs sehr oft sagen, du weisst du, ich habe mit Technik nichts am Hut, ich will einfach, ich will Coach sein, ich will Kunden begleiten, ich möchte Menschen durch eine Transformation führen, aber auf Marketing und Technik habe ich eigentlich keine Lust. Und wenn ich so ehrlich bin, dann liegt mir das auch nicht sonderlich. Ich weiss auch nicht, aber das ist vielleicht einfach nur ein Stereotyp, sagt man dem ja, ob es auch damit zu tun hat, dass Technik vielleicht eher ein Männerding ist und es im Coaching-Markt sehr, sehr viele Frauen gibt. Ich weiss es nicht. Aber ich würde mal sagen, ich bin eines der besten Beispiele dafür, dass man nicht mit der digitalen Welt aufgewachsen sein muss, um wirklich gut in Technik zu sein. Und wie ihr seht, ich bin eine Frau und ich liebe alles rund um Technik. Und wie gesagt, das war nicht immer so. Mir war, also ich hatte mit Technik eigentlich so ein Verhältnis im Sinne von, ja, muss halt sein, ja, ich brauche es halt, aber eigentlich möchte ich am liebsten darauf verzichten. Und ich möchte dir einleitend einfach mal sagen oder dir den Gedanken mitgeben, was die Technik, die Digitalisierung, was alles in den letzten fünf bis zehn Jahren passiert ist, wie viele Möglichkeiten das uns bietet. Du musst dir vorstellen, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, war ich ja viele Jahre, 15 Jahre in einer Werbeagentur. Und die einzige Möglichkeit, die wir damals hatten, um für unsere Kunden Kunden zu gewinnen, waren Plakate, Anzeigen in Zeitschriften und Zeitungen, Magazinen, TV-Spots, Kino-Spots, Radio-Spots oder du hast Flyer produziert und hast die auf Messen oder an irgendwelchen Orten aufgelegt oder du musstest ein Mailing, ein Direct-Mailing produzieren und in die Briefkasten deiner Zielgruppen verteilen. Ich kann dir sagen, das waren noch Zeiten, wo Werbung, Kundengewinnung richtig teuer war. Das konnte, das hättest du dir als Coach gar nicht leisten können, ja. Und aktuell oder seit einiger Zeit haben wir dank der Technik unfassbar viele Möglichkeiten. Und das ist mal das Erste, dass du die Technik nicht mehr verbindest mit etwas Ungeliebtem, etwas, was dir Probleme bereitet, sondern erst mal anerkennst, dass die Technik die Brücke ist oder in vielen Fällen die Brücke ist zu deinen Wunschkunden. Jetzt, was verstehe ich unter Technik? Wenn wir hier darüber sprechen, dass wir uns ein Online-Business als Coach aufbauen oder hochskalieren, dann heisst Technik, das fängt dort an, dass du zum Beispiel deine Facebook-Gruppe einrichtest, dass du Anzeigen schaltest, dass du live gehst in deiner Community, dass du einen Post schreibst in deiner Facebook-Gruppe, dass du mit deiner Community interagierst, schreibst, dass du sie über den Messenger kontaktierst, aber auch, dass du Verkaufsgespräche über Zoom führst, dass du vielleicht, wie ich jetzt hier gerade, irgendwann dann mal einen Podcast selber aufnimmst, dass du für den Workshop, den du gerade planst, deine Landingpage gestaltest, dass du eine E-Mail-Campagne dahinter anlegst, dass du einen Newsletter verschickst und so weiter. Das alles ist durchdrungen von Technik. Und es geht so weit, dass du dann vielleicht mal, wenn du wirklich dann auch ein grosses Team hast, wenn du mit Dutzenden und Hunderten von Kunden gleichzeitig zusammenarbeitest, ein CRM-System hast, ein Customer Relationship Management Tool, wo dann ganz, ganz vieles auch automatisiert ist. Und all das ist möglich dank der Technik. Und ich möchte dich jetzt mal fragen, denk mal so ein bisschen zurück an deinen bisherigen beruflichen Weg. Was hast du denn persönlich für eine, ich sage dir mal, Biografie mit der lieben Technik? Was hast du für Erfahrungen mit ihr gemacht? War sie vielleicht schon immer ein enger Begleiter? Oder wart ihr eher auf Distanz? Du kannst dich auch mal fragen auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut bist du in Technik? Wie sehr liegt dir das irgendwie, wenn du mit etwas Technischem konfrontiert bist, was du vielleicht noch nicht kennst und du musst dich damit auseinandersetzen, musst es quasi erobern für dich? Wie gut bist du darin? Wie gut bist du in Technik? Wie schnell kannst du dir das aneignen und dann einfach in deinen Alltag integrieren? Du kannst dir aber auch die Frage mal stellen, wieder auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr liebst du Technik? Wie sehr liebst du Technik auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn 1 heissen würde, Andrea, bleib mir weg mit Technik und 10 würde heissen, hey, wenn immer ich in meinem Business irgendwas einrichten muss, irgendwas vielleicht was Kleines programmieren muss, irgendwas machen muss, was mit Technik zu tun hat, ah, da bin ich richtig im Flow, da habe ich richtig Spass dran. Und du merkst es wahrscheinlich schon, wenn ich dir diese Fragen stelle, ganz, ganz viel hat mit dem zu tun, was du über Technik und über dich im Zusammenspiel mit Technik denkst. Weil grundsätzlich ist es so heutzutage, du musst kein Programmierer oder Mathematiker sein, um das an Technik zu beherrschen, was du brauchst, um dir ein Online-Business als Coach aufzubauen. Das kann jeder lernen, jede und jeder. Wir sprechen gleich noch über fünf Tipps, die ich dir mitgeben möchte, wie dir das möglichst einfach gelingen kann. Aber wie gesagt, früher war Technik, hat bedeutet, du musst es vielleicht wissen, wie man programmiert und so weiter, wie man Regeln definiert. Das ist heute alles nicht mehr nötig. Das heisst, der Hauptfaktor, ob du in deinem Berufsleben als erfolgreicher Online-Coach, ob dir Technik leicht von der Hand geht, hat weniger mit Fingerfertigkeiten zu tun und mit Wissen, sondern einfach nur mit der Art und Weise, wie du an die Technik herangehst, wie du darüber denkst und was für ein Selbstbild du von dir selber hast, wenn es um Technik geht. Und ich möchte mit dir in dieser Podcast-Episode meine fünf Tipps mit dir teilen, damit dir der Umgang mit Technik möglichst leicht fällt. Und der erste Tipp, den ich dir gebe, ist ein ganz banaler, also eigentlich sind alle ganz banal, um ehrlich zu sein, aber nichtsdestotrotz werden sie ganz, ganz oft nicht befolgt. Der erste Tipp ist nämlich, sei neugierig und offen. Ich sehe so viele Menschen, die in dem Moment, wo sie im Prozess des Businessaufbaus, des Sichtbarwerdens, der Kundengewinnung, plötzlich in Berührung kommen mit etwas Technischem, sofort zumachen. Zumachen und sagen, oh, jetzt wird es technisch, jetzt wird es schwierig. Und sie machen zu und da ist nichts mehr von Offenheit, von Neugierde. Und diese Qualitäten, Neugierde und Offenheit, das sind zwei Qualitäten, die solltest du dir immer bewahren. Nicht nur, wenn es um Technik geht, sondern einfach in Bezug auf alles, was dir an Neuem begegnet rund um deinen Businessaufbau. Und wenn dir etwas Neues begegnet bei Technik und du kannst dir statt zu sagen, oh, Technik, nicht schon wieder, du kannst dir einfach sagen, oh, Technik, das war bis gestern, hatte ich da so meine Bedenken. Aber seit heute begegne ich dem jetzt einfach offen und neugierig. Ich lasse mich da jetzt ein, weil ich weiss, das haben schon ganz andere vor mir gemeistert, also werde ich das auch meistern. Und ich weiss, wenn ich mir dieses Know-how aneigne, wenn ich diesen technischen Schritt gehen kann, werde ich noch mehr Möglichkeiten und Chancen haben, um an meine Zielgruppe ranzukommen, um sichtbar zu werden, um Gespräche reinzuholen, um zu verkaufen oder was auch immer es ist. Und damit bin ich auch bei meinem zweiten Tipp an dich, nämlich vertraue in dich, in deine Lernfähigkeit und einfach in deine Selbstkompetenz. Aus meiner Sicht, und wenn ich das konnte, kannst du das garantiert auch, aus meiner Sicht kannst du alles lernen, wenn du es nur willst. Und ich kann dir sagen, dass ich in den vielen Jahren, wo ich schon Kunden begleite beim Aufbau ihres eigenen Online-Businesses, da sind mir schon so viele Menschen begegnet, die mir am Anfang gesagt haben, Andrea, einfach damit du es gerade weisst, Technik und ich, das ist so, da geht gar nichts. Das kann ich nicht, das liegt mir nicht, das hat mir noch nie Spass gemacht. Also ich habe grosse Vorbehalte, ob ich unter diesen Rahmenbedingungen, ob ich überhaupt erfolgreich sein kann. Und ich habe immer gesagt, du kannst alles lernen, du musst es nur wollen. Und dann sind wir wieder bei der Offenheit und bei der Neugierde von vorher. Und einfach damit du auch hier, vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich bin vielleicht schon ein bisschen älter, ich hatte noch nie mit Technik zu tun. Glaube mir, es ist alles eine Frage deiner Haltung. Weil wie gesagt, Technik ist kein Buch mit sieben Siegeln. Das sind ganz einfache Dinge. Und was ich richtig cool finde, du findest heutzutage eigentlich so zu ziemlich jedem technischen Problem im Netz irgendwo eine Antwort. Also das finde ich eigentlich cool, weil auch wenn ich mal nicht weiss, wie ich ein Problem löse, meistens hat irgendwer schon mal diese Frage gestellt, ich muss nur noch die Antwort dazu finden. Also vertraue in deine eigene Lernfähigkeit und in deine Kompetenz, in dein Talent, dass du Dinge, die du neu lernst, verinnerlichen kannst und sie dann einfach mit dem Tun immer normaler werden. Damit bin ich schon bei meinem dritten Tipp. Nämlich, hör auf, nachzudenken, dass es vielleicht nicht klappt mit der Technik, dass das jetzt ganz schwierig wird, der nächste Schritt für dich, dass du dich jetzt dringend irgendwie diesem Videotutorial widmen müsstest, wo es zum Beispiel darum geht, wie du deine Facebook-Gruppe eröffnest und du schiebst das vor dir her, weil dein Kopf so voller Zweifel und Ängsten ist. Hör auf, nachzudenken, mach es einfach. Alles, was mit Technik zu tun hat, ist mein Ratschlag, such dir einen Leitfaden, wie man es macht, und dann machst du es einfach. Also nicht blind reinschießen, das ist manchmal kein guter Tipp. Es geht mir nicht darum, dass du kopflos einfach irgendwas machst, sondern such dir einen Leitfaden, was ist jetzt genau zu tun, was sind die einzelnen Schritte, um dieses technische Thema zu meistern und dann machst du es einfach. Denn im Tun verlierst du deine Berührungsängste. Im Tun machst du vielleicht mal einen Fehler, dann lernst du daraus oder es gelingt dir, dann tut dich das Bestätigen, sodass du immer mehr deine Zweifel und Ängste ablegen kannst. Handeln statt Denken und Diskutieren. Das ist, wenn es um Technik geht, wie in ganz vielen anderen Bereichen deines Businessaufbaus, ein wichtiger Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Mein vierter Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, hol dir Hilfe. Entweder du googelst, du suchst dir Antworten im Netz, weil eben, wie ich vorher schon gesagt habe, du bist nicht die Erste oder der Erste, der sich diese Frage stellt oder der dieses technische Problem lösen muss. Da gibt es schon andere. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Man darf auch herausfinden, wie sucht man möglichst effektiv, sodass man auch die richtigen Antworten bekommt. Und oder du holst dir jemanden an deine Seite, der dich bei genau diesen technischen Herausforderungen unterstützt. Also das heisst, du holst dir zum Beispiel einen Business Coach an deine Seite, der dich begleitet beim Sichtbarwerden, bei der Kundengewinnung und damit auch bei allen Herausforderungen, die sich stellen in technischer Hinsicht. Ich kann dir dazu sagen, in unseren Communities, wo unsere Kunden drin sind, da wird auch die ganze Zeit diskutiert, da postet mal wieder jemand, hey, ich habe gerade die und die Herausforderung, ich muss gerade meine Landingpage einrichten und irgendwie kriege ich einfach dieses Bild nicht da rein, kann mir da jemand helfen? Und zack, kommentiert jemand anderes und sagt, hey, guck mal, ich hatte das Problem auch, ich habe das so und so gelöst. Hol dir entweder Unterstützung beziehungsweise schau, dass du in den richtigen Communities bist, wo andere Menschen sind, die auch diese technische Reise vor sich haben und die dir vielleicht ein bisschen voraus sind und von denen du lernen kannst. Das ist mein vierter Tipp an dich. Und mein fünfter Tipp, den ich dir mitgeben möchte, das ist einfach deine Grundeinstellung. Und zu der Haltung, zu der ich dich einladen möchte, das ist die Haltung, ich liebe Technik und Technik liebt mich. Und das kannst du für alles brauchen. Also wenn ich gerade, wenn wir gerade zum Beispiel einen Workshop machen und ich weiss, da sind irgendwie 400 Leute im Warteraum und Zoom will einfach nicht so wie ich, dann sage ich mir, ich liebe Zoom, Zoom liebt mich. Oder wenn du gerade eine Anzeige auf Facebook aufsetzt und irgendwie in diesem Werbeanzeigenmanager, der sieht plötzlich anders aus, weil Facebook wieder ein Update gemacht hat oder irgendetwas, du kommst einfach nicht vorwärts. Geh einfach in diese, ich sage dem in diese Dankbarkeit, dass du weisst, okay, ich struggle jetzt vielleicht gerade, aber hey, das wird sich gleich auflösen und ich bin so dankbar, dass ich hier die Möglichkeit habe, Technik zu lernen und Technik anzuwenden, sodass ich damit meine Wunschkunden erreichen kann, sodass ich meine Wunschkunden ansprechen kann. Sodass meine Wunschkunden mich überhaupt finden können. Weil das alles, diese Chancen, diese Möglichkeiten, die haben wir dank der lieben Technik. Und deine Grundhaltung, wie du dich in deiner Beziehung, es ist wie eine Beziehung, du gehst mit der Technik eine Beziehung ein. An dem Tag, wo du dich entscheidest, dass du ein Online-Business als Coach aufbauen möchtest, gehst du, ob du das willst oder nicht, eine Beziehung mit der lieben Technik ein. Das ist wie eine Ehe vielleicht. Oder vielleicht auch eher wie eine Wohngemeinschaft. Das kannst du selber wählen, wie nah ihr euch da kommen wollt. Aber auch in einer Wohngemeinschaft ist es so, dass man sich gegenseitig respektiert und dass man einfach gut miteinander auskommt. Also mein fünfter Tipp. Überprüfe deine Gedanken, die du über die Technik hast. Sorge dafür, dass du eine rundum positive Einstellung hast zur Technik, indem du wirklich alles Gute, alles Positive siehst, was sie dir ermöglicht. Nimm dich selber nicht wahr als ein Mensch, der das einfach nicht kann, der das einfach nicht kapiert. vergleich dich nicht mit anderen, indem du dir dann sagst, Mensch, für die anderen ist das alles so leicht. Ich bin glaube ich irgendwie zu dumm für die Technik. Das geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Hör auf, so über dich zu denken und über dich zu sprechen, wenn es um Technik geht. Sondern sei offen, sei neugierig, sei dir bewusst, dass du alles in dir trägst, um das zu lernen. Das ist keine Rocket Science Technik. und dann denk nicht zu lange nach, hol dir das Wissen, schau, dass du dir ein Umfeld kreierst, in dem dich andere auch unterstützen, technisch voranzukommen und dann setz einfach um. Und auch wenn es mal klemmt, wenn mal Sand im Getriebe ist, dir einfach sagen, okay, ist gerade Sand im Getriebe, aber ich weiß, ich liebe Technik und die Technik, die liebt mich. und wenn du auch eine große Vision hast von deinem erfolgreichen Coaching-Business, in dem du die Technik natürlich super meisterst und wenn du Lust hast, ein Business aufzubauen, wo du regelmässig ausgebucht bist, aber du hast vielleicht keine Ahnung, was da deine nächsten Schritte sind und wie du da hinkommst, dann möchte ich dich herzlich einladen, komm in unsere Facebook-Gruppe als Coach in den Wohlstand. Schau dich da mal um, du findest dort ganz viele tolle Ressourcen, ähnlich wie das hier in diesem Podcast der Fall war und dann möchte ich dich einladen, zögere nicht so lange, sondern buche dir doch einfach ein Klarheitsgespräch mit einem unserer wunderbaren Mentoren in unserer Facebook-Gruppe und da schauen wir uns dann gemeinsam an, was sind denn deine Ziele mit deinem Business, wir schauen, ob wir dich begleiten und unterstützen können und wie du mit unserer Begleitung und Anleitung deine Zurückhaltung gegenüber der lieben Technik ablegen und sie zu einer Erfolgsgeschichte zusammen mit deinem Coaching-Business machen kannst. Ich freue mich auf dich. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte uns mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.